So, hi ihr lieben Lerners bei mir. Wir haben gerade eben auch geübt, was ja auch schon in Folgen hier vor, was beim Aikido-Tal wichtig ist, den Startenfuß. Und ich weiß, dass viele, nicht unbedingt die Kinder, aber von den Älteren da Probleme haben, weil unsere Füße, das hatte ich auch schon mal gesagt, sind halt sehr vernachlässigt. Wer jetzt nicht viel Barfuß läuft oder viel Aikido macht, der hat halt Füße, die sind kaum beweglich. So, und wer jetzt Probleme hat, wir beide haben die nicht, bei uns klappt das schon ganz gut. Komm, wir setzen uns mal in Linien jetzt. Ja, wir kommen gut. Unser Fuß kann so stehen. Ja, wir schaffen das jetzt. Komm, wir gehen mal hoch den rechten Winkelsitz. Von hier nach da. Genau, und Leander und ich, wir haben jetzt da keine Probleme, weil unsere Füße jetzt schon entsprechend das machen können. Wer jetzt ganz steile Füße hat, zeigen wir euch jetzt mal Übungen, wie man die Füße so ein bisschen bearbeiten kann auch zwischendurch, wenn wir mal Zeit haben. Das tut denen sowieso gut. Füße sind so wichtig und wir kümmern uns so wenig darum. Ja, wie auch immer. So, wir setzen uns mal wieder in Linien-Sitz. Machen jetzt mal das linke Bein lang. Nehmen unser rechtes, legen das oben auf. Gut. Schön hoch, schön hoch, sodass wir es auch nehmen können. So, dann gehen wir jetzt erstmal um das Fußgelenk. Wir halten mit der Hand, nee, mit dir. Hast du es hoch genug? Ja. Um bisschen höher. Genau. Den Fuß fest und dann nehmen wir mit der anderen Hand den Fuß und dann drehen wir jetzt erstmal das Fußgelenk. Genau. Und so schöne große Kreise, so groß wie es möglich ist. Dann in die andere Richtung. Machst du es so recht? Ja. Super. Okay. Und auch nach da ziehen und nach da. Nach da. Was wichtig ist, ihr dürft die Füße nicht anspannen. Weil ihr wollt die ja bewegen. Wenn ihr die jetzt anspannt, ne, dann macht, genau, Leandra zeigt das gerade, könnt ihr euren Fuß gar nicht bewegen. Ja, dann macht ihr das Gegenteil. Also ihr müsst ganz locker lassen, damit ihr sie auch bewegen könnt. Weiter. In die Richtung. Und in die. So. Das Hauptproblem bei vielen für den starken Fuß ist in den Zehen. Dass sie eben ihre Zehen kaum bewegen können. So, das heißt, wir nehmen jetzt erstmal alle Zehen in die Hand. Ja, so. Von oben. Genau. Und, Moment, nimm mal die andere, die andere Hand. Ja. Diese nimmst du hier unter dem Fuß. So, genau. Ja, sehr schön. Jetzt hat er so wie ich. Und jetzt schieben wir die einmal nach da, dann nach da. Also immer hin und her. Auch ganz locker lassen. Ja, immer so. Ja. Hin und her, hin und her, hin und her. Hin und her. Da geht es auch beim starken Fuß um diese Sehnen, die hier alle laufen. Ja. Und die Bänder und so, die sind verkürzt. Und jetzt, darum kommt er manchmal nicht auf den starken Fuß rauf. Also hin und her. Und jetzt ein bisschen drehen. Ein bisschen drehen. Guck, nur das hier oben. Ja, naja, schau mal zu mir. Nur das hier oben, den Bereich. Ja. Nur den oberen. Hier, den oberen. Siehst du das? Ja. Ja, so. Gut. Jeden Zeh einzeln jetzt. Den großen auch drehen. Ja, bisschen drehen. Andere Richtung. Ja. Und hin und her. Hin und her. Ja. Klappt das bei dir gut? Ja. Dann den zweiten. Bisschen drehen. Bisschen drehen und auch vor und zurück. Dann den dritten auch drehen. Klappt gut? Ja. Und vor und zurück. Dann den vierten auch drehen. Und vor und zurück. Und zuletzt den fünften auch drehen. Vor und zurück. Und vor und zurück. Man kriegt das zuzuklappen. Man kriegt das nicht ganz zugeklappt. Dann hätte man komische Füße. 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 Okay. Und so auch hin und her. Zack, 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 zack. Und jetzt zum Schluss. Das ist auch sehr schön. Wir haben sehr viele Reflexzonen auch an unseren Füßen. Massieren wir einfach unsere Füße. Und als Tipp auch immer. Manchmal findet man dabei einen Punkt, wo es besonders angenehm ist. Ja, da fühlt es sich sehr schön an. Gucken, Lerner. Vielleicht findest du den, ja? Gucken. Sag mir mal, ob du einen findest, der da, wo es sich besonders angenehm ist. Gut, diesen Punkt, den halten wir jetzt. Nicht doll, ein bisschen drücken und ein bisschen länger. Zehn. Nee, guck mal, so wenig. Schau mal so. Hast du ihn wieder? Ja. Und dann, ihr auch? Okay, und dann zehn Sekunden. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Dann nehmen wir den Fuß. So, und jetzt ist es wichtig, jetzt sieht man das. Leander sieht vielleicht, ich mach mal was, ja? Und du sagst mal, ob dir was auffällt. Und ihr könnt ja auch gucken, ob euch was auffällt. Guck mal, jetzt in meinem Fuß. Ich schüttel den jetzt aus. Du schüttelst deinen Körper nicht. Ne, guck mal, was in meinem Fuß ist. Der ist stramm. Was mach ich denn falsch? Also, du machst ihn nicht locker, sondern richtig stramm. Und du ziehst ihn stramm, dass man es nicht so richtig, also, dass man es nicht bewegt. Und kannst du es richtig? Kannst du ihn locker lassen? Seht mal, so ist es nämlich richtig, wie Leander macht. Der Fuß wackelt dann wie Wackelpudding. So. Oh, warte mal, jetzt muss ich selber. Jetzt habe ich ihn auch locker. Seht ihr das? So sollte das sein. Man denkt einfach, der Fuß ist auswackelt. Genau. Entspann den Fuß und dann könnt ihr das gut machen. Dann ablegen. Jetzt ist die andere Seite dran, ne? Weil man kann ja nicht, der ist jetzt, dem geht es gut, dem geht es nicht gut. So, also, rüberlegen wieder. Jetzt hält die, genau, die Hand fest. Und die, hält die. Und jetzt erstmal wieder drehen. In die andere Richtung. Dann den Fuß nach da. Und nach da. Schön locker lassen. Jetzt. Die Hand hält hier. Die andere geht hoch. Die kann, umgekehrt habe ich das gemacht. So, ne? Ja, du machst es richtig. Ich habe ihn falsch gemacht. Alle 10 nehmen. Und jetzt, alle 10. Also, den oberen Fußbereich. Ja, oder nee. Ist das der oberen oder der untere? Das ist der oberen. Das ist der untere, ne? Ja. Ja. Den unteren Fußbereich, also bei den 10. Den müssen wir kreisen. Komm, komm los. Du machst gar nicht. Jetzt ist besser, ja. Und andere Richtung. Und auch vor und zurück. Okay, dann ist der große Zehdrück. Kreisen. Und auch vor und zurück. Hin und her. Dann den zweiten. Kreisen. Vor und zurück. Dann den dritten. Kreisen. Und vor und zurück. Kommst du zurecht? Ja. Und den dritten. Noch mehr, noch mehr. Vor und zurück. Spürt sein Fuß das gar nicht. Ich habe ihm geflüstert. Ey, ich muss ja laut sprechen. Müsst ihr das ja auch hören. Ich habe gesagt, Leander soll gerne machen, sonst spürt sein Fuß das gar nicht. Und den kleinen auch. Drehen. Also mein Fuß spürt schon. Ja? Gut. Und vor und zurück. Dann hatten wir noch den Fuß seitlich verdrehen, wie ein Buch. Und versuchen zuzuklappen. Und dann die ganze Fußsohle massieren. Das geht am besten so mit beiden Daumen so drücken. Und was suchen wir wieder? Den Bruchfuß am Gedenken. Seid nicht traurig, wenn ihr keinen findet. Dann ist es halt so. Aber ich finde meistens einen. Und der ist nicht immer an der gleichen Stelle. Unterschiedlich. Hast du ihn gefunden, an dem Fuß? Ja. Der ist bei mir jetzt an der Stelle. Okay, wenn ihr habt, dann drücken länger. Zehn. Neun. Acht. Gleich steigt die Rakete. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Schön locker den Fuß nehmen. Und ausschalten. Und das ist eine gute Übung, wenn man jetzt so steife Füße hat und man will den starken Fuß üben. Weil wenn ihr das jetzt vorbereitet habt, kommt ihr nochmal in den Linien sitzt. Ist es deutlich leichter. Gehen wir mal hoch in den rechten Winkel sitzt. In den rechten Winkel sitzt zu kommen. Fühlt sich auch angenehmer an. Ja, weil die Füße jetzt eben lockern und entspannt sind. In diesem Sinne, danke Leanda. Übt das. Gerade die Gestaltfüße, ne? Von meinen älteren Alkido-Kass. Übt das. Das ist sehr, sehr wichtig. Haben wir noch tschüss? Ja. Okay, tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke Leanda. Danke Leanda. Vielen Dank.